Das Scheinbärverlicht ist Jessica Drake gewohnt. Die junge Frau ist eine Pornodarstellerin. Doch bei dieser Pressekonferenz in Los Angeles im US-Bundesstaat Kalifornien geht es um angebliche Annäherungsversuche des republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump. Er wollte, dass ich mit auf seine Suite komme und mit ihm zu Abend esse. Er hat mich auch zu einer Party eingeladen. Ich habe das dann abgelehnt und dann meinte er, was willst du? Wie viel? Die Pornodarstellerin will Trump bei einem Golfwettbewerb im Jahr 2006 kennengelernt haben. Weil sie seine Annäherungsversuche abgewehrt habe, bot ihr Trump demnach 10.000 Dollar für eine Nacht. Drake ist bereits die elfte Frau, die Trump sexuelle Übergriffe vorwirft. Ich bin womöglich nur ein kleines Sandkorn. Aber es gibt ja hier erkennbar einen ganzen Strand. Trumps Wahlkampfteam wies die Geschichte als falsch und lächerlich zurück. Trump kenne die Person gar nicht und habe gar kein Interesse daran, sie zu kennen, hieß es. Ein Foto mit den beiden scheint allerdings das Gegenteil zu belegen. gepackt, dass er mit ihm ist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ist der erste gilt für die Möglichkeit, die geilen bitcoin zu verhindern. Vielen Dank.